Hallo, dieses Video erklärt, wie man einen IRC-Bouncer auf dem Raspberry Pi installiert. Das sollte eigentlich auch für Ubuntu oder Debian funktionieren. Auf jeden Fall in die Videobeschreibung gucken. Das hier ist die grobe Anleitung, das steht auch in der Videobeschreibung. Irgendwelche Updates oder sowas stehen alle in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall angucken und dann soll es auch schon losgehen. Auf dem Raspberry Pi, das erste, was wir machen wollen, ist ZNC installieren. Das ist die IRC-Bouncer-Software. Es gibt bestimmt auch andere. Ich habe es mit ZNC gemacht, funktioniert. Dann wollen wir den natürlich konfigurieren. Für das erste Mal, wenn man den startet, braucht man hier diesen Parameter noch dazu. Und wenn man jetzt nicht weiß, da werden jetzt ganz viele Fragen gestellt, wenn man nicht genau weiß, was man da alles machen soll, dann kann man sich dieses tolle YouTube-Video hier angucken. Ist allerdings auf Englisch, falls ihr damit Probleme habt, könnte es schwierig werden. Wenn ihr fertig mit der Erstkonfiguration seid und irgendwas ändern wollt, könnt ihr das immer jederzeit hier drin machen. Ist überhaupt kein Problem. Okay. Und dann sollte euer Bouncer eigentlich laufen. Dann solltet ihr zum Beispiel sowas reingestellt haben wie, verbinde dich mit Freenode, verbinde dich mit Channel Ubuntu zum Beispiel. Das nächste, was wir machen wollen, ist jetzt unseren Client mit dem Bouncer verbinden. Also unseren normalen Rechner mit dem Raspberry Pi, der ja dann immer mit Freenode verbunden ist. Und in meinem Fall, ich benutze Hexchat. In meinem Fall sieht das dann so aus, wenn ich Hexchat starte, dann könnte ich mich hier mit Freenode verbinden. Ich könnte mich zum Beispiel auch mit Genome verbinden. Und ich habe jetzt mal für dieses Video ein MyBouncer aufgemacht. Wir gucken uns mal die Einstellungen an. Und das sieht so aus. Wir haben einfach den Server, da wo wir normalerweise zum Beispiel Freenode hätten, haben wir jetzt hier den Bouncer-Server. Ich habe jetzt hier als Beispiel so einen Port genommen. Das ist der Port, den ihr hier am Anfang beim Konfigurieren eingestellt habt. Und dann ist das eigentlich schon eingestellt. So viel mehr ist es gar nicht. Und dann könnt ihr euch schon direkt mit eurem Bouncer verbinden. An sich habt ihr dann noch das Problem, dass ihr euch auf dem Bouncer dann nochmal authentifizieren müsst. Und zwar die Authentifizierung nicht zwischen euch und Freenode, sondern zwischen euch und dem Bouncer. Und das wollt ihr natürlich nicht jedes Mal euch authentifizieren. Und deswegen ist auch dieses Fenster noch offen. Ihr wollt nämlich den Benutzernamen, den ihr hier am Anfang eingestellt habt bei der Konfiguration, und das Passwort, was ihr am Anfang eingestellt habt bei der Konfiguration, wollt ihr wahrscheinlich hier hinterlegen mit der Login-Methode hier slash Passwort von denen hier. Und dann seid ihr auch schon automatisch eingeloggt. Okay, und zu guter Letzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf den Ubuntu-Channel wollt, dann braucht ihr natürlich einen registrierten User, und in der Regel läuft das über eine SASL, über eine SASL-Authentifikation. Und wie ihr das gemacht, das sind ein paar mehr Schritte, das steht auf dieser Wiki-Seite. So sieht die aus, sie ist zwar auf Englisch, aber man kommt eigentlich ganz gut klar, weil die Befehle alle so da sind. Was ihr auf jeden Fall nicht haben wollt, ist Cyrus-Out oder Authentifikation. Wovon rede ich hier genau? Und zwar gibt es zum Beispiel diese Seite, wenn ihr sucht nach ZNC und SASL oder SASL für ZNC, dann kommt ihr auf so eine Seite hier oder vielleicht auch auf so eine Seite hier. Aber das ist nicht, was ihr wollt. Und ihr könnt auch zum Beispiel in eurem Interface, in eurem Web-Interface für ZNC, findet ihr in den globalen Settings hier, wenn ihr weiter runter scrollt, gibt es hier die Module, und dann werdet ihr Cyrus-Out hier finden, und das werdet ihr finden, weil ihr nach SASL sucht. Und lasst euch davon nicht fehlleiten, das ist nicht, was ihr wollt. Bei dieser Authentifizierung geht es darum, der Authentifizierung zwischen euch, also eurem zum Beispiel Hexchat-Client, und dem Bouncer selber, also zwischen euch und dem Raspberry Pi. Es geht nicht darum, zwischen Raspberry Pi und Freenode sich zu authentifizieren. Um die Authentifizierung zwischen Raspberry Pi, also zwischen dem Bouncer und Freenode zu machen, ich hoffe, ihr seid noch bei mir, braucht ihr auf jeden Fall diese Wiki-Seite. Lasst euch nicht fehlleiten, das ist, was ihr wollt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Reingauern.